Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und ja, heute ist es soweit, ich zeige euch so ziemlich alle meine Intros, die mir gemacht wurden ich denke, ich packe auch Templates rein, ja, ich packe auch die Templates rein aber ich wollte mal wissen, welches ihr am besten findet und schreibt doch einfach mal in die Kommentare, welches ich in Zukunft nehmen soll da ist jetzt auch ein neues dazu gekommen und zwar wurde das vom lieben Nagato Raucht Weed gemacht ich denke, der heißt so, denn er heißt zumindest auf Skype so und er hat mir einfach ein Intro gemacht, fand ich echt nett und ja, ihr könnt jetzt mal entscheiden, wie ihr das findet und dann viel Spaß, stimmt oben rechts ab, ciao und dann würde ich sagen, fangen wir einfach an auch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020